In meinem vorherigen Tutorial habe ich gezeigt, wie man den Kontaktplayer von Native Instruments als multitimbralen Klangerzeuger einsetzen kann. Ich hatte das hier gezeigt am Beispiel der 40's Very Own Keys und 40's Very Own Drums und hatte gezeigt, dass es sich anbietet, dieses Kontaktinstrument nur als eigenständiges, multitimbrales Klangerzeugungsobjekt hier einzubinden und zu steuern über ein MIDI-Instrument, ein Multi-Instrument hier in dem Falle, was also auf 16 MIDI-Kanälen dann die jeweils 16 unterschiedlichen Sounds ansteuern kann, was also dann den Vorteil hat, dass ich hier, ich zeige das jetzt mal hier mit dieser Tastatur, damit man das gut sehen kann, eben auf Anhieb somit eben ganz, ganz schnell Zugriff auf eine Vielzahl unterschiedlicher Sounds hat, ohne zusätzliche Instanzen des Kontaktplayers oder des Kontaktsex-Samplers zu öffnen. Tja, und wo Licht ist, ist natürlich immer auch ein bisschen Schatten. Also der große Vorteil ist, dass ich praktisch wie mit einem externen MIDI-Gerät hier spielen kann, also auch extrem schnellen Zugriff habe auf die Sounds und auf schnell editieren kann, wie bei einem angeschlossenen MIDI-Gerät. Aber die Schattenseite besteht darin, dass man eine wichtige Funktion eben nicht hat, und zwar ist das die Funktion Bounce in Place. Und das will ich hier mal kurz zeigen, was das bedeutet. Was bedeutet zunächst Bouncen? Wir haben es ja hier mit einem virtuellen Klangerzeuger zu tun, Das heißt, der Computer erzeugt gesteuert von MIDI-Daten die Klänge, wirkt also wie ein Tongenerator. Am Ende der Musikproduktion ist ja immer ein Audio-File gefragt. Die normale Bounce-Funktion ermöglicht es zum Beispiel, den Mix des Master-Files letzten Endes in eine einzige Audio-Datei zu schreiben, zu bouncen. Das ist so die Standard-Anwendung, wenn man gemischt hat, also Gesang, Playback, Schlagzeug, Gitarre und so weiter, schön abgemischt und dann eben in eine eigenständige, separate Audio-Datei zu speichern, um eben daraus beispielsweise eine CD zu machen, eine CD zu brennen oder eben heutzutage in ein Portal wie iTunes, Soundcloud und so weiter irgendwo hochzuladen oder anderweitig weiterzuverarbeiten. Also das Ziel des Ganzen besteht darin, eine eigenständige, reine Audio-Datei zu haben. In diesem Falle Bounce-In-Place ist es aber so, dass ich die Information, die bis jetzt nur in MIDI-Daten vorliegt, in reines Audio überführe. Es ist also praktisch so etwas wie MIDI-to-Audio, könnte man vereinfacht sagen. Das heißt, in dem Moment, wenn das Bounce-In-Place ausgeführt ist, kann ich an den Noten nichts mehr verändern, verlängern, verkürzen, transponieren, verschieben, noch was dazuspielen und so weiter, sondern es ist dann quasi, naja, in Stein gemeißelt oder eben in Bits und Bytes auf die Festplatte geschrieben. Und damit eben natürlich nicht mehr so flexibel veränderbar, wie es auf der MIDI-Ebene noch ist. Das heißt, das Bounce-In-Place kommt genau dann zum Tragen, wenn der Vorgang des Arrangierens abgeschlossen ist und der Prozess des Mixens und des Fertigstellens der Musikproduktion beginnt. Also ich mache jetzt hier einfach mal ein neues Instrument hier in meinem Arrange auf und mit Rechtsklick sage ich hier Reassign Track oder eben Neu zuweisen. Und das, was ich hier empfohlen hatte, war ja, dass wir über dieses Multi-Instrument gehen und hier die einzelnen MIDI-Kanäle ansteuern und somit eben ganz schnellen Zugriff auf die Sounds haben. Jetzt wähle ich aber eben nicht dieses MIDI-Instrument aus, sondern eben doch nochmal das eigentliche Kontakt-Instrument, was ich benannt habe mit K01. Hier ist es. Ja, und im Gegensatz zu diesem Instrument, was also offensichtlich ein reines MIDI-Instrument ist, das sieht man hier an, auf der linken Seite habe ich also hier einfach nur die Ports und den MIDI-Kanal und kann das natürlich auch schnell transponieren und so weiter und so fort, habe ich jetzt bei diesem Instrument, auf der linken Seite kann man das sehen, eben hier diesen Kontakt-Player drin. Und wenn ich jetzt diese Spur, die ich jetzt hier mal solo schalte, also diesen Bass, wenn ich die jetzt mal kopiere hier nach unten und spiele die nochmal solo, dann ist das also offensichtlich genau das Gleiche. Genauso wie auch bei diesem Objekt hier, also das wäre ja jetzt hier MIDI-Kanal 2. Im Inneren ist es allerdings noch MIDI-Kanal 1, weil der MIDI-Kanal wird von 1 auf 2 geroutet durch das Multi-Instrument, was wir vorgeschaltet haben, also hier nochmal gezeigt. Also wenn über das Multi-Instrument abgespielt wird und ich bin auf der 2, dann gibt das Multi-Instrument den Kanal 2 raus, auch wenn hier drin nur Kanal 1 steht. Dieses Umbiegen des MIDI-Kanals, das geht auch ganz schnell mit einem Tastaturkommando. Ich gehe mal rein in die Tastaturkommandos und worum es ja geht, sind ja die Sequenz-Parameter. Also ich gebe hier mal ein Parameter und da sehe ich hier schon Apply all regions parameters permanently, Shift-N habe ich das genannt. Im Deutschen heißt das eben Sequenz-Parameter normalisieren oder so ähnlich würde es heißen. Und ich gehe hier mal raus und wenn ich jetzt diese Sequenz ausgewählt habe, das sehe ich hier auf der rechten Seite praktisch die ganzen MIDI-Daten von diesem Drum-Loop in diesem Falle. Und das ist der MIDI-Kanal, steht also auf 1, auch wenn er auf 2 im Moment rausgeht. Aber wenn ich jetzt Shift-N drücke, da sieht man hier gleich, ah, da wird praktisch alles auf 2 normalisiert. Genau auch hier, der geht ja hier auf 3 raus. Und wenn ich jetzt sage, wir achten hier auf diesen MIDI-Kanal, also wenn ich sage Shift-N, dann habe ich hier gleich den MIDI-Kanal 3. Wozu dient das jetzt überhaupt? Also eigentlich für die Anwendung hier macht das keinen Unterschied, weil das Ergebnis ist original genau das Gleiche. Weil letzten Endes kommt sowieso Kanal 2 raus, egal was hier in der Sequenz drinsteht. Aber wenn ich das Ganze jetzt abspielen will über das Audio-Instrument, das machen wir jetzt mal, ja, dann funktioniert das natürlich nur dann, wenn hier auch tatsächlich die 2 drinsteht, als echter MIDI-Kanal. Warum? Weil, wenn ich jetzt auf 1 umschalten würde, machen wir es mal mit Hand, ja, dann habe ich natürlich den Drum-Loop gespielt mit dem Bass, ja. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen das ja hier auf dem MIDI-Kanal 2 als Drum-Loop spielen. So, und genauso verhält es sich jetzt hier, jetzt habe ich den hier mal verschoben, das will ich nicht, so. Genauso verhält es sich jetzt hier, ich habe hier mal Solo mit diesem Sound, ja. Das ist dieses Akkord-Element, ja. Und man sieht auch, ich spiele das zwar über das MIDI-Instrument ab, aber man sieht hier unten, in Wirklichkeit ist es das Kontakt-Instrument, welches es spielt. Und wenn ich die gleiche Sequenz hier runterziehe, dann habe ich genau das Gleiche. Ja, also der Unterschied ist praktisch der, dass es hier einmal über das Multi-Instrument zum Kontakt-Player geht. Und hier ist es praktisch der Kontakt-Player direkt. So, und warum jetzt nochmal diesen ganzen Aufwand? Also nochmal zusammengefasst, ich habe auf dem Wege das Multi-Instrument vorgeschaltet, eben die Möglichkeit wirklich auch direkt einzuspielen. Ansonsten müsste ich mit meinem Master-Keyboard genau das machen, und was ich jetzt hier praktisch hier mit meinem Tastaturkommando gemacht habe, aber in Echtzeit, nämlich den MIDI-Kanal auswählen. Gut, das machen natürlich viele Master-Keyboards auch sehr schnell und einfach. Aber wenn man es eben direkt hier im Computer machen will, ist das tatsächlich die einfachste Möglichkeit. So, jetzt gehen wir nochmal zurück hier auf diesen Drum-Loop. Da ist er, ja. So, und wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick rangehe, dann habe ich hier eine Option Bounce in Place. So, und Bounce in Place, wie der Name schon sagt, macht aus dem Audio, aus dem MIDI, Entschuldigung, ein Audio. Das heißt also, hier habe ich die MIDI-Daten. Wir gucken nochmal kurz rein. Das sind also hier diese ganzen Sounds. Und was mir jetzt das Bounce in Place gemacht hat, ist diesen Loop direkt als Audio in einer, mit abgespielt mit einem Objekt, mit einem richtigen, echten Audio-Objekt, als wäre es praktisch aufgenommen. Und das ist natürlich sehr praktisch, gerade wenn man jetzt in der Phase ist, dass man schon beginnt, den Song zu mixen, dann ist das eine sehr schöne Möglichkeit, weil ich habe jetzt hier die Möglichkeit, praktisch auch zusätzliche Effekte hier noch einzuschleifen, EQ, Kompressor, Parallelkompression und was immer einem einfällt. Oder man kann jetzt hier in diesem Audio irgendwie noch schneiden und bestimmte Sachen verschieben und so weiter und so fort, rearrangieren oder was auch immer. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr praktisch. Und wenn ich mir jetzt diese MIDI-Sequenz hier oben anschaue, die also praktisch über das Multi-MIDI-Instrument rausgeht und ich gehe mal mit Rechtsklick drauf, da gibt es das also nicht. Da ist Bounce in Place ausgegraut. Dieses Bounce in Place geht also wirklich nur dann, wenn das über ein echtes Audio-Objekt abgespielt wird. So, und wie kann man das Problem jetzt lösen? Also wenn es natürlich gar nicht ginge, Bounce in Place, dann würde ich diesen ganzen Tipp hier gar nicht gegeben haben. Geht natürlich trotzdem. Und zwar wie? Ich wähle das reale Audio-Objekt an, sodass ich hier auf der linken Seite diesen Master-Fader dann auch sehe, wo der Bounce-Schalter erscheint. Und ich gehe jetzt hier auf Bounce und sage, es soll in Offline gebounced werden, also so schnell wie es geht. Normalisieren brauche ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht. Und was jetzt aber wichtig ist, ist Add to Project, damit ich dann auch das File gleich in meinem Projekt mit drin habe. Und dann gehe ich einfach auf OK, suche mir noch den Ort aus. Normalerweise ist der Standard-Ordner ist der Ordner Bounces. Das ist aber eigentlich eher der Ort für die Master-Files. Der Ort für die Assets, also für die Audio-Files, ist hier im Ordner Audio-Files, da gehe ich hin, sage Bounce. Und ich habe das vorhin schon mal probiert, deswegen sage ich jetzt mal kurz Replace. Jetzt gehen wir in den Audio-Ordner und hier ist jetzt das neu erzeugte Pattern, was ich praktisch mit Bounce in Place, aber eben nicht mit der Funktion Bounce in Place, sondern eben einfach so in Audio jetzt hier drin habe. So, und damit könnte man jetzt praktisch genauso weiterarbeiten, wie man das vorher auch getan hat, mit dem Audio-Objekt als Ganzes. Also wir haben ja jetzt hier all diese Objekte, also einfach nur normale MIDI-Sequenzen, MIDI-Files, wenn man so will. Die könnte ich natürlich jetzt auch einfach so auf dieses Objekt schieben, wenn ich das wollte. Das heißt also, ich könnte jetzt hier nochmal ein zweites und ein drittes und ein viertes Objekt hier machen. Und in dem Moment, wo ich praktisch dieses Fall, also meinetwegen jetzt dieses Drum-Loop hier nochmal, wobei das haben wir jetzt schon mal ein paar Mal gemacht, jetzt nehme ich mal diese Spur hier, das war diese Bass-Spur. So, und sobald die aber mit diesem Kontakt-Software-Instrument abgespielt wird, ist Bounce in Place auch wieder da. Und ich könnte jetzt auch ganz normal wieder Bounce in Place machen, wie gehabt. Zack, und schon habe ich das Ding gebounced und könnte jetzt unmittelbar weitermachen. Da ist es. So, und das wäre also jetzt praktisch die Herangehensweise, mit einer einzigen Instanz von dem Kontakt-Player ganze Arrangements zu gestalten. Also, wie gesagt, Kontakt ist ein extrem mächtiges Werkzeug. Und mein Tipp an dieser Stelle ist auch nochmal, dass man sich hier wirklich für bestimmte Zwecke, also meinetwegen auch Pop-Ballade oder Orchester, Filmvertonung, Sound-Design, Sound-Effekte, dass man sich aus diesem Pool von Sounds bestimmte Kombinationen, die brauchbar sind, also Schlagzeug, Bass, Akkordinstrumente, Piano, Streicher in einem Multi-Instrument zusammenfasst und damit eben auch alle Sounds ganz schnell im Zugriff hat, um schneller zu arrangieren. Ja, das also noch als Ergänzung zu dem Tutorial gestern. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen was mitgeben. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch abonnieren diesen Kanal und die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst. Und ja, schreibt auch vielleicht mal selber rein, wie ihr das Ganze so macht und wie ihr das gestaltet und was eure Erfahrungen damit sind. Als allerletzten Tipp, ich habe ja jetzt hier diese drei Spuren mal so spaßeshalber eingespielt. Also das ist die Sequenz mit Millikanal 1, das mit 2 und das mit 3. Es gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, diese drei Sequenzen zu einer Sequenz zusammen zu kopieren, zu mergen. Da habe ich auch ein Tastaturkommando hier, das ist bei mir Shift-J, Join. Andere alternative Möglichkeit wäre, hier mit dem Glue-Tool die ganzen drei Sequenzen, MIDI-Sequenzen zu verbinden. Und wenn ich das jetzt abspielen würde über Millikanal 1, dann ist das natürlich ein totales Chaos. Nicht das, was man jetzt eigentlich wollte. Aber wenn ich das jetzt auf das Software-Instrument, auf die Instanz von Kontakt schiebe, die hier ist, dann funktioniert das auch wieder. Warum? Weil hier stecken ja, hier kann man es sehen, eben alle MIDI-Kanäle, alle Noten der einzelnen MIDI-Kanäle drin und werden eben abgespielt über das eine Kontakt-Instrument, nämlich genau dieses hier. Und dieses Kontakt-Instrument empfängt, hier steht es, auf allen MIDI-Kanälen. Und ich könnte somit mit einer einzigen Sequenz die unterschiedliche MIDI-Kanal-Adressen beinhaltet, jetzt das gesamte Kontakt-Instrument ansteuern. Also im Grunde genommen hat man hier sowas wie ein zusammengefasstes MIDI-File. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.